LoLTIME! Servus! Ich glaube der Master Yi will in die Mitte als Appeler. Oh geil! Boah, das wird toll. Ich will mal ganz kurz wechseln. Stockblast feiern Orban! Das ist gut. Zack! Ich weiß gar nicht wie ich mit dem Mitlaner auf der Toplane schreibe. Ich bin jetzt schon echt gespannt wie das mit mit Chase wird. Ne, der Yi verwirrt mich grad ein bisschen. Ich hätte es ja verstanden, hätte er jetzt seit Mitte gewollt, wenn er APG spielt, aber er spielt grad ADI. Tja. Ich hab grad was vergessen. Ich hab grad vergessen Wort zu kommen. Ja mein Gott. Sorry Quag. Unser Frosch ist das stärkste mit Level 29. Er ist größer als ich. Fast jeder ist größer. Fast jeder ist größer als Weiger. Weiger ist ein Yordle. Ja, Timo kann es vielleicht mit seiner Mütze, ja? Gott, ich muss mal... Ja, ich muss mal... Ja, ich muss mal... Okay? Gains an... Gains an... Gains an... Wir werden hundertprozentig gewinnen. Gains an... 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 Oh, ich dreh euch den Hals um. Gains an... Gains an... Gains an... Hesige Deck auf Dome! Haua... 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 Schön, ich schieß auch zurück. Haua... 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 Das macht Haua... Hast du immer... Du hast völlig Lena... rootshäischer innovation... Hell... Er solltet... Sepp auf den... woher sportlich... Gewichtigt... Sepp. In sechs Sekunden... Wohlbewerkt... Sah... Wching... D Damme... ünde... Ich fiene ins... paar tasks... Spiele aber nicht als empathische... Weil ich nicht Kamera... Ein sowieso nicht... Kann ich administration... Ich bin der Arsch nicht besser. Ja, das kommt noch mit der freie Seite. Komm her, wir sind ab. Ich bin meine Warmarks. Wie du dir auch gar nichts dabei denkst, von wegen greif mich an. Das ist kein Tower. So. Wenn ich mit wo die angefangen habe, ich glaube da habe ich mit Level 1 Tower gelifet. Uh, der hat getroffen. Der hat getroffen. Ach so, da kommt was. Ja. Krass. Bam. In die Fresse. Ja, das hat mich immer getroffen. Ich kann dir gar nicht wirklich helfen. Ich bin zu langsam. Umher. Jawoll. Er ist tot. Ja, er ist tot. Sehr schön, gut gemacht. Ich fang dieser Bär geht ab. Hey Jason, das war so ein Bärenstocker Wind. Oh Gott. Ich wollte mich grad drehen. Alter, das ist wohl die Joke. So. Das ist ja grad der Schnippe. Hör dir mal zu. Guck mal. Ne. Was macht ihr da oben? Ein bisschen Party. Spaß haben. Oh, die Sona nervt mich. Die Sona will jetzt nur ein Lead spielen. Das liegt vom Tod, aber sie will dir ein Lead spielen. Ne, das liegt vom Tod nicht wirklich. Eher das liegt vor... Sona nervt mich. Anscheinend nervt sie wirklich. Meine Fresse, ey. Siehst du was ich meine von wegen, Jace ist langweilig. Er schießt immer rum. Er ist so froh. Na, schau dir die an! Boah, boah, boah. Der kann die wenigstens richtig zurückschreiten. Scheiße. Boah. Aber von mir auch. Ich bin tot. Das ist übrigens mein erstes Mal, Jace, also... Was macht ihr da oben? Das musst du nicht uns sagen, das musst du den Gegnern sagen. Was machst du da oben, Jace? OGM! OGM! M-G-O! Nein, OGM, Alter! Ollo! So. Oh, Jace, M-G-O! Warum musst du das nicht schließen? Ich hab keine Ahnung, frag mich nicht. Eine Ahnung! Ich bin nur eine randome Person aus dem Internet. Ich ziehe Kommentare. Ich müsste öfter mal das Stands schreien. Hallo, Will! Ich muss das Internet schreien. Oh, mein Trix. Ich kann mich... Oh, mein Trix. Ich kann mich... Oh, mein Trix. Ich kann mich... Oh, mein Trix. Egal. Oh, mein Trix. Oh, mein Trix. Oh, mein Trix. Oh, mein Trix. Oh. Äh... I will... HP nicht, HP nicht. Ok. HP nutzt mir, okay. Da haben wir ganz schön Schaden an ihr gedrückt. Echt so? Oh, hat leider nichts gebracht. Wo ist Jace? Ach da! Gewundert! Der stand direkt vor deiner Nase, weil du die Fragen gestellt hast. Warte mal, geh mal da oben in den Buschen, für den Buschen. Buschen? Komm schon! Deine Feugling! Ich freu mich schon, wenn du deine Pilze hast. Zwei Leute aus deinem Lekt. Hat ja schöner geworden. Ja. Stream! Lass, 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 lass. Das ist gefährlich hier leider mit dem Supporter. Ich bin hier mehr Supporter. Das war alles nur eine Täuschung. Da ist es fast getroffen, Mister. Oh, tu's nicht. Oh, tu's nicht. Oh no. Bleib doch mal gechillt. Wenn ich einen Stunt treffe, kannst du ihn immer noch schleudern. Ja. Jetzt musst du eigentlich... Ja, ich bin da nicht so gut dran gewöhnt. Bist great? Duuut! So. Ich hab ein Ulti. Jaze! Ich will Party machen. Komm mal kurz her. Delektrisierend, hm? Ja. Geordet geworden, ne? Ja. Ich spiel Jango. Oder Ward, ich weiß es nicht. Aar future will be brighter. Aber die sind beide Lowland, guck mal! Oh, die Sona nervt einfach so. Scheiße, du bist auch Lowland. Das machen wir langsam auch. Ja, meine Schüsse treffen noch nicht so wie ich sie will. Das war krass. Das wäre auch meine Taktik gewesen. Gerade die beste Taktik, die ich jemals getroffen habe. Oder nicht getroffen. Oh, komm! Jeder fliegt bei dir, oder? Geil! Ja. 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 Ich bin mir sehr glabel gegen Fancamper. Ich geh mal back. Oh, das ist so. Oh. Ich bin top, weil du eigentlich nur gegen Melee gerne campst. Ja. Und Rudi gegen Fancamper ist einfach nur geschissen. Mhm, was empfehlen die mir denn eigentlich für Boots? Was? Wissen die eigentlich die Rüstungsmuts vor schlagen aus dem Jays, oder? Oh, das konnte ich eigentlich machen. Ich habe auch wesentlich mehr ARD in ihrem Team. Ja, und so. Ja, kommt drauf an wie die Cassiopeia farmt. Na, mit 41 ist sie jetzt nicht so gut, bei weit nicht so gut wie unser I. Oh, aber I stirbt jetzt glaube ich gerade. Nein, tut er nicht. Da hat eine Ulti. Was willst du eigentlich von mir, Jays? Äh, der ist so gut. Nein, der ist so. Ah, die wird jetzt eine Ulti reinhauen. Aua. Ja, langsam macht er Schaden. Auch wenn's lang gedraut hat. Oh mein Gott, warum? Ich mach keinen Schaden, weil ich noch keine AP-Items hab. Ja, und dein Dingsbums noch nicht gespeckt hast. Ja, kann man auch schlecht, wenn zwei offenen Lanes sind, aber das ist wurscht. Wie gesagt, wenn ich einmal AP-Items habe... Das nervt so mit den Wards. Warte, ich geh jetzt mal kurz. Die brauche ich einfach nur, meine... Die brauche ich einfach nur im Towerbox. Mehr brauche ich gar nicht. Na gut. Das andere ist noch, ähm... Sehr besser, aber... Lass mich meine Warbox haben, dann brauche ich glücklich. Was war das? Das war ein einfacher Schuss, denn heute. Random so... Random so eine dunkle Zeitung. Hallo, ich muss meine Tränen stacken irgendwann mal. Weil ich schon nicht beim Farmen meines Skins vergangen... In meinem Fall bin ich... Alter, ich hasse das, wenn die Minions hinter vorne laufen. Soll ich mal Supporter spread? Und dir die Lastwitz lassen? Nee, passt schon. Ich hol mir nur hin und wieder ein paar... Daneben. Ja, wir können die auch aufteilen. Ja, das hab ich ja. Ich nehm die Minions, die mir grad gefallen... In Ressentur haben. Wow! Yes! Aber wie ihr das geschafft haben. Ich hab ihn noch geblendet. Hallo, du hast... Hallo, du hast den Cheat-Button. Ja. Hab ich auch so das Gefühl. Oh, der hat... Ich hab hier grad nur... Nur extrem Button-Smashing gemacht. Oh. Oh mein, oh. Ich geh in die Mitte. Nee, 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 lass. Der hier kommt ja schon... Okay. Kommt, geht und macht das nicht. Ich bin doch noch nicht im Platz. Nein, nicht Hannover. Oh, ich bin kein Typ. Nein, das macht mein Ding, ich bin schuldig. Verdammt. Das kannste pay. Oh, hast du den Schaden gewählt. Komm mit hin. Schon. Okay, Achtung, hinter uns. Alter. Naja, ok, wenigstens Sinn. Einen haben wir noch gekriegt. Besser als nix. Wie sieht's bei euch oben aus? 1, 2, 1, 2. Dafür, dass wir 2 gegen 1 sind, stellen wir uns so ein bisschen an. Ist so lustig. Schotty, 1, 2, 1. Volibear, 1, 2, 1. Weiger, 1, 2, 1. Und wer steckt mal wieder raus? Ich mit der 1, 1, 2. Ja, der random steckt da raus. Das ist das Feuerwehr. Der random ist der Beste von der beiden. Oh, der stimmt. Das muss man gleich so schreiben. Random, you're better than us. Naja, ist jetzt auch nicht so schwer. Hey, wenigstens hab ich den noch getroffen. Ja, leider. Ja, aber müssen wir halt besser ausweichen. Ich hab letztens mal einen Grand Articary versucht. Das gibt's sowas von Idiose. Natürlich geht das, wenn du so kriegst die Passive halt immer so richtig hin. Ha, der hat endlich getroffen. Erstens, das und zweitens kann er außer seiner Outlight-Text, macht ja keinen Schaden. Oh, ich hätte Tränke mitnehmen müssen. Scheiße. Das hat so ein Articary an sich. Also, wow. Oh, jetzt geht er ab. Ja, das wird getroffen. Was ist noch da? Ich würd grad sagen, lass meinen Weg in Ruhe. Oh shit. Das hätt ich nicht gemacht. Das hätt ich nicht gemacht. Ich bin Tode, ich bin Tode. Ich seh's auch doch kommen. Daneben. Jukes. 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 So. Sorry wenn ich jetzt heute mal nicht so viel rede, Leute. Warte. Warte. Oh shit. Jetzt hab ich das viel gefesselt. Jukes. Okay, das war nix. Nein. Das war nix. Oh, wirklich? Das ist so die... Die Klasse, die immer untereinander hüben. Nein, egal. Ich muss back. Das ist nur der Lehrer, der so voll und auf den Pult und sein auf seine Arbeit macht. Das gefällt mir nicht, was das hier ist. Hmhm. Hallo, die... Sag Don't Feed und renn das weg, oder? Ja. So. Soll er warten, bis er sein W wieder ready hat. Was machen wir da jetzt? Leute, wir müssen das irgendwie noch rumreißen. Ach, klar. Was bin ich eigentlich dort im Kurs? Der Asch, der agiert sich schlimmer aus. Wow. Vielleicht bin ich da jetzt. Weiß nur noch, der Yi macht das. Ja, der Yi kann gegen 5 nix machen. Oh. Oh, der Yi überlässt mir mal die Mittellane. Oh, geil. Oh, Alter. Oh. Wo war der? Der ist getortet, der ist super top gegangen. Komm schon. Oh. Oh. Wie, wer, wer? Oh. Wieso noch? Kommst auch nicht mal ran, gell? Ne. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Okay, meine Laune steigt hier. Das ist super, was ich habe. So, schauen wir mal. So, schauen wir mal. Wie ist es? Wie ist es? Du stehst alleine, genau. Mach was. Okay. Oh, Leute. Fiedet den Typen nicht noch mehr. Oh, Gott. Wie viel Pech muss man eigentlich haben? Lasst euch gegen den Chase auf keinen 1v1 mehr ein. Das ist zu gefährlich. Nein. Ich habe den Event so gesetzt, dass das fast den ganzen Busch mit dem. Bis auf eine Ecke. Und genau da stand er. Ich hätte jetzt gern einen Trader voll. Ja, je. Ich verlass das hier. Geh weg. Lass meinen Je im Tor. Geh zu RTL. Geh zu RTL.